Wären wir dabei, das ist unsere innerste Grundüberzeigung. Also, lasst euch da nichts einreden. Bei uns klatschen keine Nazis Beifall. Weil Nazis sagen übrigens auch, der Islam ist nicht das Problem. Das sagen die nämlich, weil die haben nämlich Sympathien für die ganzen anti-israelischen, islamischen Länder, die rings um Israel sind. Deswegen sind auch die Nazis zur Hisbollah, zu der Terrororganisation und haben denen die Solidarität ausfohlen. Nazis aus ganz Europa. Und da schließt sich der Kreis. Nazi-Islam-Pakt, also politischer Islam. Die rechte Szene, wie bei Ihrem Zuschauer, sind die Artisemiten und sind gegen die Religion Islam. Wahrscheinlich melden sie es wohl nicht. Die rechte Szene hat uns mal bekämpft. Wir sind von denen angegangen worden, weil wir Artikel geschrieben haben. Meier-Truppe, mein Beispiel. Da sind die von uns vorbeigekommen und haben uns gedroht. Die sehen uns genauso als Feinde an, wie die Linksextremen. Ganz einfach. Völlig eindeutig. Ein Nazi kotzt, wenn hier israelische Flaggen hängen. Die haben Israel als Feindbild. Übrigens genauso, wie der politische Islam. Und das ist Unrecht, weil das ein demokratischer Staat ist, dem man nur solidarisch gegenüberstehen kann. Punkt, Ende. Also, lasst einfach diese ganzen Überlegungen, dass hier irgendwo was rechtsextremes, nazimäßiges rumspendet. Was? Ihr seid doch rechtsextrem, Alter. Was seid ihr an so einem? Ihr seid doch rechtsextrem, Alter. Mein Gott, da ist Hopfen und Malz verloren. Ganz ehrlich, gebt mir mal einen Schluck Wasser. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Gebt mir. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr.